Senioren Open, U50. Erster Lauf ist durch. Ich habe den Sieger bei mir, Patrick Fleischmann. Nach dem Zeitraining nicht ganz vorne gelang. Jetzt im ersten Lauf, wo es zählt, klappt. Gratulieren. Wie ist es gegangen? Danke, tipptopp. Ich starte beim zweiten um den Bogen. Nachher habe ich den Kern überholt. Da bin ich zwei, drei Runden an. Dann bin ich in den Rhythmus gekommen. Dann habe ich vorne und mein Ding sozusagen durchfahren. Eine Strecke? U40 ist das bei mir. 55 ist die andere Kategorie. Das ist richtig. Du wirst aber den ersten Lauf von allen Startenden gewinnen. Mario Kern war am Schluss hinter dir. Er hat die Zwischentour machen wir beide gut gemacht. Hast du nicht mal gehabt? Nein, nicht gross. Ich habe kein Abstand. Ich bin nach vorne geschaut. Hinten schaust, ist nie gut. Dann siehst du, er kommt näher. Dann fangst du an das Eich machen. Blöd gesagt. Eine Strecke? Etwas, was dir liegt jetzt da? Ich würde sagen, es ist flüssig, schnell. Ich kann gerne schnell in die Pisten. Schöne Kurven anlegen, Sprünge. Perfekt gemacht. Gratulation den Veranstalten. Super. Das würde ich mir gerne anhenken. Das ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Wir dürfen geniessen. Der zweite Lauf steht bald an. Was musst du da noch gleich machen oder noch einmal verändern, damit es einfacher wird? Also ich denke, wenn ich gerade einen Hole-Shot habe und so fahre, wie nach zwei, drei Runden, dann könnte das noch besser werden. Start, Ziel sein sozusagen. Dann viel Erfolg und geniessen Tag noch. Dankeschön. Merci. Vielen Dank.